So, hallo, wer zu kommen zur zweiten Runde. Guck mal, ich hab das jetzt an. Niklas, guck mich an. Ja, ich weiß. Ich hab doch die ganze Zeit da unten an. Ja, aber ich hab das vorher auch schon eingestellt gehabt, aber hat's einfach nicht genommen. Alter, was ist denn das? Das ist ein riesiger Vogel? Nee, ein riesiges Auge, das gleichzeitig ein Vogel ist. Versuch, dein Ei zu klauen. Ja, nee, da ist kein Ei. Oh Gott, das rennt auf mich zu. Das ist vor allem ziemlich schnell. Ja! Versuch, einen Weg zu finden. Auf Wegen bist du schneller. Nee, ich bin einfach weggerannt. Nehmen wir das eigentlich gerade auf? Ja. Hast du nur ein Übergrüßung gemacht? Haben wir. Hab ich Hallo gesagt? Ja. Weiß ich nicht. Ist mir egal. Mach raus, mein Wurf. Ach, Junge, Alter. Hä, lol, der ist gerade in den U-Spar-Stunden schwunden. So ein riesen Vogel. Ich konnte den nicht angreifen, Alter. Ja, ein Zutarn. Ja. Mach'n du. Die klingen mega witzig. Ja. Klingen wie du. Muss ich die Vogelfalle einfach hinwerfen? Ja, aber du musst noch ein Seed reinpacken. Guck, geh weg. Guck. Geh weg. Zack, so. Und jetzt warten wir. Das sieht voll fail aus. Vögel sind dumm, Alter. Ja, und das ist ein richtiger Arsch. Wolle ich nicht mal mehr Vögel beleidigen? Ah. Ah, da ist ein Vogel drin. Ja, direkt ein Vogel. Äh, ein roter. Boys, hat mal einer, äh, oh Gott, äh. Oh, guck mal hier. Hat mal einer Seed. Ja, Niklas ist der Bester. Oh, verdammt. Aber nicht den Richtern. Voll idiot, ey. Kill mal den Vogel, Alter. Vielleicht kriegst du mal eine Feder. Ich hab' ihn gekocht. Den lebenden Vogel? Ja. Was? Was hast du bekommen? Einfach nur gekochte Happen. Ja. So, Alter, guck da einfach so'n lebenden Vogel, ey. Das ist schon brutal. Das ist echt ziemlich brutal. Das ist ne kranke Sau, weißt du das? Okay, ich klenk's. Ich glaub ihm nur sein Ei, ja? Wir machen das, Niklas. Ich klenk ihn ab. Hallo. Tschüss. Ha. Okay. Oh Gott. Hallo. Ah. Der ist voll schnell, Alter. Oh, da ist ein Truth an. Bleib stehen. Wie kann man den töten? Man muss den, glaub ich... Ja, ich hab' ihn getötet. Nice. Aber das Fleisch von ihm ist ins Wasser gefallen. Ach nein, Niklas. Was kann ich denn dafür? Was ist das? Das ist ne Kiste. Wo hast du die? Ich hab so'n Ding gefunden. Äh, so'n Ding gefunden. Neu. Und dann, also das war... Das heißt Augenknochen. Dann hab ich das aufgehoben und dann kam er angelaufen. Hm. Zu dem Dokument her, ja. Oh Gott. Wir greifen mich jetzt an. Oh fuck. Das ist ja ne dumme Idee. Hilft ihr. Basti, guck mal, wie viele das sind. Oh Gott, ich hab noch Half-Life. Töte sie. Sie gehen auf mich. Ich lauf' weg und du greifst die an, okay? Oh Gott. Ich hab' neun. Kannst du ihn töten? Oder... Nein, ich bin... Alter. Oh fuck. Sie haben getötet. Ich hab' auch noch ganz wenig Leben. Niklas, renn weg. Ja, ich renn weg. Leon? Ja? Ich hab' das Herz doch noch in der Truhe. Dann kannst du mich wiederbeleben, Niklas. Ja. In welcher Truhe? In der linken... Linken oder rechten? Links, 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 links. Also in der hier. Geh' mal bitte aus'm Weg. Sonst komm' ich da nämlich nicht dran. Äh, verräterisches Herz. Das ist das, ne? Und wie mach' ich das? Ich glaub' du musst jetzt für die Leiche gehen. Oder warte? Hier? Ah. Nein, du musst das doch dahin stellen, wo die Hasen sind. Nicht einfach hier hin. Mach' ich gleich, wenn's wieder Tag ist. Wie dumm war das denn jetzt? Ist als wenn ich jetzt hier in mein Zimmer einfach ne Hasenfalle rein stelle. Da läuft auf jeden Fall einer rein. Ganz sicher. Vielleicht kommt da einer mal rum so. Ich platziere die doch gleich um. Aber warum stellst du den überhaupt dahin, du? Alter, so ein riesiges Auge hat mich gewandet. Ach man, Basti. Ist in der Truhe noch ein Auge, äh, ein wiederbelebtigen? Nein. Ach man, Basti. Bruder soll hier kein Strahbletsch Clay machen. Was braucht man denn doch dafür? Was ist denn da? Was ist denn da? Das Huhn! Es riecht die Bären! Du Schwein, Alter. Bleib stehen! Du frisst die ganzen Bären! Das Huhn, es frisst die Bären! Ja, also dieser Trutharm da, der hat die ganzen Bären gefressen, Mann! Gut, ein... eine Spinnen... Boah, ich hab'n Kaktus gefunden! Den nehm' ich mir... Kann man hier denn teilen! Aua! Aua, Alter! Ups! Okay, wir haben nur noch eins davon. Wovon? Von den... Spinnendrüsen. Okay. Rechtsklick... Um das einmal zu sagen, ist sich heilen. Die Rechtsklick ist sich heilen. Du kannst die essen und dich damit heilen. Das hab' ich aus Versehen gemacht. Warte, wa-wa-was kannst du essen? Die Spinnendrüsen. Ach so! Na egal, ich hab' ziemlich viel Essen irgendwie. Warum hab' ich eigentlich immer so viel Essen? Weil du die ganze Zeit farmst. Ja, ich hab' auch ziemlich viel Essen eigentlich. Ich bin einfach... Herbe Gutes im Spiel. Und viele Karotten hast du? Keine. Also ich hab' 14. Und wie viele Bären? Keine. Ich hab' 16. Ich hab' noch'n Happen. Ich hab' mehr Essen als du. Ähm... Und ich hab' halt noch... Ich hab' zwei Happen. Na. Krass. Aber dafür hab' ich... ...15 Bären. AAAAAH! 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 Was? Alter! Ich kann nicht beschreiben, was ich grad... Das hat mich einfach gewone-hitted. Ach, du bist so gut in dem Spiel, Leon. Zum Glück hattest du so viel Essen mit, ne? Deine zwei Happen, Alter. Ich lache über die Scheiße, Alter. Lass mal ein paar Bären fressen. 32. Was dir da ist genug? Egal. Keine Ahnung, geht mal zu den Spinnen und töte den Tor davon. Alter, ich hab' 32 Leben, ich kann nicht zu den Spinnen gehen. Ich hab' 16. Dann isst doch was. Ich esse die ganze Zeit was. Ja, du musst doch so viel essen. Ja! Ich esse auch die ganze Zeit was. Aber dann geht das nur einen höher. Und das bringt im Moment nichts. Soll ich jetzt mein ganzes Essen dafür verbraten? Dann besser als mit 20 Kp die ganze Zeit rum zu rennen, ne? Karottenring, ne? Na gut, ich fress jetzt meine ganzen Karotten, okay? Niklas, ich hab' nen Speer. Ja, bitte. Ja, schön. Hast du die, äh, wenigstens gekocht? Ja, jetzt halt doch einfach mal dein Maul eben kurz. Oh, ich hab' nen Schrein gefunden. So. Und was haben wir hier? Niklas, mir werden hier ganz nahe Spinnen angezeigt bei uns. Ich hab grad zwei gekochte Karotten gefangen. Obwohl ich voll war. Kann ich ja nichts dafür. Was für... Halt doch mal dein Maul, Alter. Holy shit. Da! Oh, guck mal, die Birnen hier unten sind fertig. Na, kann ich richtig was für, dass das Timing einfach doof war. Wo kriegt man denn Holzkohle her? Oh! Wir müssen, wir müssen einen Baum anzünden. Kannst du ne Fackel machen? Oder ich mach' ne Fackel? Ich kann schon. Ne, ich kann für die Fackel machen. Was brauchen wir denn noch? Wir müssen aber aufpassen, dass da nicht zu viel anzünden, ne? Man kann doch einfach nur hier einen Baum anbrennen. Ja, das geht ziemlich schnell rüber, äh, unter... Ja, okay, passier mal einfach. Se... Direkt nebenunter... Guck, der Rex Baum fängt auch an zu brennen. Da sind voll viele Stümpfe. Basti! Basti, das Schild brennt auch! Deswegen hab' ich gesagt, warte! Oh nein! Och nö! Och... Basti fackelt erstmal alles ab, ey! Oh nö, Basti! Toi, jetzt ist das Schild kaputt. Ich hab's gesagt! Ich hab's gesagt, Mann! Oh nein! Guck mal, wie viele Bäume hier noch kommen! Basti! Du hast so viele Bäume angezündet! Ich brauchte doch nur ein bisschen Holz, Kolo, du Idiot! Hoffentlich kommt gleich dieser Baum gerade und bringt mich gerade hin. Och nein! Och Basti! Ah! Ja, ihr könnt ja nicht versuchen, das irgendwie abzuschneiden, indem ihr die Bäume fällt und dann den Baum... Hat Basti schon probiert. Aber ist egal, wir warten jetzt einfach, da sind nicht mehr so viele Bäume. Ich hab' ne... Augenschirmblaupause. Mhm. Hab ich gelernt? Wahrscheinlich kann ich jetzt ein Augenschirm bauen. Und was macht das? Was auch immer das ist... Das war doch meine Frage, Mann! Ja, wo soll ich das wissen, Mann? Weiß ich nicht, du hast das so enthusiastisch erzählt, als wenn das was krasses wäre. Ja, hört sich wohl gut an, oder nicht? Ja, weiß ich nicht! Alter! Das hört sich sehr gut an. Atmet bei euch auch jemand ins Ohr? Ja. Ach, aber man braucht ja kein Feuer gerade, kann's sein. Weiß ich nicht. Oh Gott! Was ist das denn?! Ich bin gleich tot! Ich bin gleich tot! Ich werd von Hunden angegriffen! Nein, töte nicht meine Kiste! Ich werd von Schweinen angegriffen, oder so! Töte doch nicht meine Kiste! Kiste komm mit! Alter, das sind voll viele! Oh Gott! Ah! Diese verdammten Hurenkinder! Alter, ich schwöre, wenn die Hunde durchs Portal mitkommen, ne? Alter, sind die immer noch hinter dir, ja? Ja, das Problem ist, meine Kiste ist halt so langsam. Und die sind die ganze Zeit meiner Kiste hinterher gerannt. Und die rennt ja mir hinterher. Deswegen bin ich nicht losgeworden. Ah, das war ein bisschen doof! Die sind sau schnell, Alter! Ich hab die gar nicht abschütteln können! Ja, ich hab halt nen Weg gefunden, deswegen war ich schneller als die. Komm wieder dahin, wo das Wurmloch war! Ah, die... Scheiß... Hunde! Oh nein! Oh nein, Basti! Fuck, 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 fuck! Versuch einen Weg zu finden! Ja, bin ich, ja, hab ich jetzt! Bin ich drauf, bin ich drauf, bin ich drauf! Alter! Alter, hier sind Tentakel! Oh, die Schweine kämpfen gegen Tentakel! Alter, die Tentakel sind herbstark! Ja, aber die Schweine kämpfen gegen die Tentakel! Das sieht voll krank aus! Guck mir das grad an! Warte, wer tötet was? Wer schafft was? Die Schweine kämpfen gegen die Tentakel! Keine Ahnung, wer das schafft! Die sind halt zu dritt gegen einen Tentakel, ne? Leon, Hilfe! Oh, ein Schwein ist gestorben! Zweites Schwein ist gestorben! Der Tentakel räumt! Oh, das letzte Schwein hat den Tentakel gekriegt, Junge! Junge, das war richtig spannend, Junge! Alter! Alter, ist so dunkel! Ach, Mann! Ich seh nichts! Äh, ich kann das nicht setzen! Ich bin tot! Was? Was? Junge, leck mich am Arsch, ne? Das ist so lächerlich! Warum konnte ich das nicht setzen, Alter? Leck mich, ey! Ganz ehrlich! Cool! Richtig witzig! Ach, nein! Alter, was ist ein Bullshit! Ganz ehrlich! Ja, fuck mich ein bisschen! Was ist denn passiert? Es wurde halt Nacht! Dann wollte ich ein Lagerfeuer setzen! Aber egal, wo ich hingegangen bin! Ich zeige, es war einfach rot! Alter, was ein Müll, ne? Oh, Mann! Ach, du bist auch tot, Niklas! Was? Ja, wir sind alle! Ich bin doch als Erster gestorben! Ja, wusste ich nicht mehr! Sorry! Ich schneide das einfach zu der anderen, wie auch schon beim letzten Mal! Ey, Junge! Leck mich am Arsch! Fuck mich herbe ab! Gerade, ganz ehrlich! Es ist drei Sekunden Nacht! Wir sind einfach instant tot! Und das Spiel denkt sich so, ne, du darfst jetzt kein Feuer machen! Du darfst jetzt kein Feuer machen, Freundchen! Darfst du jetzt nicht! Das liegt nicht! So!